Und unser Lieblingskiller ist wieder am Start. Nemesis hat Bock mit einem kleinen coolen Setup einfach mal ein bisschen Squatchhooks daddeln, weil Squatchhooks sind einfach cool und Agitation passt perfekt dazu. Und No Way Out ist natürlich auch ein sehr cooler Perk, den man auf jedem Killer eigentlich so ziemlich runnen kann. Außer auf Parameter, das haben wir schon gut gelernt zum Glück. Oh, Boydy! Boydy? Boydy? Okay. That's kind of weird, ja? Was? Das war kein Hit, okay? Okay, das aber. Das freut mich natürlich schon. Ich gehe hinterher, ich will den Down auf jeden Fall haben. Der Down ist auch sehr wichtig, schon mal um einen coolen Start zu bekommen. Okay. Zack. Leider halt nicht für meine Infaction gerade. Aber besser als Nix würde ich mal brauchen. Äh, okay. Weird. Wo soll ich hingehen? Ja, ich gehe da hinten hin. Squatchhook ist unbedingt wichtig. Nehme ich auf jeden Fall mit. Agitation hilft uns dabei natürlich auch sehr aus. Sonst hätte ich es, glaube ich, gar nicht geschafft. Never, oder? Glaubt nicht, ne. Dann gucken wir mal. Wie geht's den Generatoren? Okay, denen geht's nicht so gut. Chill, wie geht's dir sonst? Reach das? Ja, Reach. Sehr gut. Okay. Oh mein Gott, du bist nicht weitergelaufen. Moin. Erst mal Cliff machen. Sorry, ich bin Psychopath. Das tut mir doch leid. Ähm. Spit. Ich dachte, das bekomme ich noch. Ja. Was macht mein Zombie da hinten? Können wir kurz darüber reden? Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Das ist so eine Verarsche. Das ist so ein Troll. Das ist so ein Troll. Das ist so ein Troll. Das ist ein Hardcore-Troll. Das ist so ein Hardcore-Troll. Ja, du hast einen Strike. Strike wegbringen und alles ist gut. Äh, ich mag keinen Strike haben. Ja, das ist komplett fein, Leute. Wusste ich, dass er einen Strike hat. Ich will trotzdem nicht in die Wand laufen. Fuck this shit. Duh, 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 duh. Bin ich, warte, hinter wem bin ich her eigentlich? Ähm. Hinter Ace. Warte, das hat schon wieder nicht gereached. Okay. Das ist natürlich uncool. Das ist natürlich sehr, sehr uncool. Das ist sehr uncool. Das ist sehr unkorrekt. Warte, was. Ich bin komplett am Arsch. Ich glaube wirklich. Also, ich glaube, die Survivor nehmen mich komplett, hopps. Das ist wirklich komplett. Holy shit. Das ist mir zu viel gerade. Einfach. Was soll ich denn machen hier? Was soll ich hier denn tun? Okay. Das habe ich aber. Ja. Habe ich. Und. Ja. Kurz vor Tier 3. Das ist so lost. Das ist so lost. Das ist halt so verloren. Das ist halt so verloren. Ja. Das ist so verloren. Ich sehe da wirklich kein. Oh mein Gott. Ich sehe da jetzt schon kein Licht mehr. Fuck. Ist Basement hier? Oh mein Gott. Basement ist hier. Das könnte natürlich wieder alles rumdrehen. Das könnte natürlich wieder alles rumdrehen. Warte. Was soll das? Das ist so. Das ist so bad. Das ist so bad. Ja. Musste ich pullen eigentlich sogar. Dass ich das nicht hätte. Ist so eine Farge. Ja. Ja. Okay. Das ist drauf wenigstens. Ich tue so als würde ich reticuen, damit die kleine Bitch hier kommt. Wo bist du? Danke. Ja. Wirklich. Verpisst euch. Ja. 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 Ich muss den Scorch Shook bekommen. Ich muss unbedingt den Scorch Shook bekommen. Oh mein Gott. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Wir sind auf zwei Generatoren. Wir sind auf zwei Fans. Wir sind auf zwei Chans. Mit meinem Lieblingskiller bekomme ich natürlich nicht die größten Twitter. Weil wie sollte es sonst sein? Weiß ich nicht. Wäre auch zu cool. Wäre auch zu cool mit meinem Lieblingskiller ein paar coole Runden hinzubekommen. Ich muss da rüber. Also 3chan. Ich muss da rüber. Habe ich jetzt erst gecheckt. Shit. Wenn da einer gemacht wird, bin ich down. Bin gefickt einfach. Kann gar nichts mehr. Wir machen dann. Ja. Piss dich bitte. Piss dich bitte einfach. Bitte verpiss dich einfach. Das ist echt nicht die Feinde eingestellt. Du machst. Cool. Okay. Bei dir auch nicht cool. Bei dir doch cool. Was? Das machen wir wieder nicht drauf. Ja. Du erzählst mir einen zu großen Bullshit. Das kannst du mir auch einfach nicht erzählen. Das kannst du mir auch einfach nicht erzählen. Muss ich den Hit drauf bekommen. Muss ich den Kick drauf bekommen. Und ja. Keine Ahnung. Was ich noch halt bekommen muss. Damit das noch gerettet wird. Ey. Die sind fucking gut. Die sind fucking gut. Die sind viel zu fucking gut. Ja. Durch die Wand durch. Ist natürlich schwierig. Das war kein... Nee. Nee. Das war kein Hit. Das war kein Hit. Die hat... Nee. Das war kein Stun. Das war kein Stun. Das war kein Stun. Da kannst du mir vieles erzählen. Aber das war kein Stun. Das war wirklich kein Stun. Das war wirklich einfach kein Stun. Nee. War kein Stun. War einfach kein Stun. Tut mir leid. Aber das war kein Stun. Nee. Das war halt wirklich kein Stun. Ja. Ich muss ins Basement gehen. Ich muss ins Basement. Ich muss literally ins Basement gehen. Sonst ist alles zu bad, ist es sowieso schon bad, ist es zu bad, ich weiß nicht ob ich Basement schaffe, ich weiß nicht ob ich Basement schaffe, mein eigener Zombie blockt mich, ich bin im Stand, ich schaffe Basement nicht, ja, ich schaffe Basement nicht, ja, es ist zu bad, es ist zu bad, ey, es ist zu bad, es ist zu unglaublich bad, ich werde das auscampen müssen, ich werde das so auscampen müssen, ja, schafft die easy. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der was so easy geschafft hat, das war so gut gepackt von ihr, ja, war gut gespielt, war fein gespielt, kann man nix sagen, ich werde dir auch den Squad Club hier machen und dann, das ist so ein Bullshit, literally so ein Bullshit, nee, also sie werde ich campen und wenn ich die Flatlight Bitch bekomme, dann werde ich die natürlich auch auf jeden Fall campen, weil das fuckt mich zu sehr ab, Ja, natürlich, natürlich werde ich kapascht, nee, pisst dich bitte, verpisst dich bitte einfach, wirklich, verpisst euch, es fuckt mich zu sehr ab, es fuckt mich literally zu sehr ab, es fuckt mich literally zu sehr ab, okay, komm, ich bekomme den Hook, äh, du bist gut hier neben, das ist, von mir aus, kannst du machen, ihr bekommt, ihr bekommt den Rescue nicht, das ist das Problem, ihr bekommt den Rescue nicht, Ich bin zu, ich bin wirklich zu pisst, ich hasse Flashlights so sehr, ich bin zu mad auf Flashlights, warte, wo ist diese, wo ist diese dumme Chest, die ist da oben, der hat die Chest da oben, der hat die Chest da oben, das ist seine Chest, das ist seine Chest einfach gewesen, das war seine Chest, Pisst dich bitte, pisst euch alle, ich lasse das bestimmt nicht zu, ich lasse das bestimmt nicht zu, nee, sehe ich wirklich nicht an, sehe ich literally nicht an, ich habe noch nie was zu sehr, so wenig angesehen, wie das gerade, Like literally, what the fuck, like literally, what the fuck is going on, ich weiß das ehrlich nicht, wenn ich den Hit bekomme, das wäre so wichtig gewesen, das wäre viel zu wichtig gewesen, ähm, ja, komm doch, Okay, okay, das will ich sehen, dass ihr das bekommt, das will ich sehen, dass ihr das bekommt, das will ich halt sehen, dass ihr das bekommt, shit, ja, bekommt ihr halt, bekommt ihr halt wirklich, weil das ein Bullshit-Game ist, weil das ein fucking Bullshit-Game ist, das ist der einzige Grund, warum ihr das bekommt gerade, ne, Okay, was macht dieser Zombie hier, das verstehe ich nicht, das muss mir erklären, was macht dieser Zombie hier, die werden sich halt so hart resetten jetzt, die werden sich so hart resetten, so ein Reset habt ihr noch nicht gesehen, fuck, aber wo, Reset wahrscheinlich am anderen Excel-Geld, mhm, hätte ich halt bekommen können, dieser dumme Zombie, dieser Zombie hier, fuck mich so ab, dieser Zombie, fuck mich so ab, ich kann halt auch nicht rüber, wenn ich rübergehe, Dann gehen sie einfach raus, ist halt dumm, ist halt scheiße, kann ich halt nix dagegen machen, ich muss gucken, dass das Geld hier nicht auch gemacht wird, das wäre mein Tod, der eine Bodyblock von der war viel zu gut, der war viel zu gut, der hat mir gar nicht gefallen, der hat mir gar nicht geschmeckt, muss ich sagen, leider, fuck, warum, warum, also bitte, mit jedem Killer könnt ihr mir eine Drecksrunde geben, aber nicht mit Nemesis, nicht mit Nemesis, ähm, Like, literally, fuck dich, literally, du kannst mich so hart, du kannst mich so hart am Arsch. Was zum F*** haben mich hier blockiert gerade, das muss mir wer erklären, das muss mir wirklich wer erklären, Zombie gönn dir, gönn dir, zombie gönn dir, gönn dir, zombie, gönn dir, Ich will, dass du dir einfach wirklich das einverleibst, ne, zieh ich nicht an, pick up faken, das war so wichtig, die kleinen Nutte, die kleinen Nutte, die crackige, die ist so crackig, ich gebe ihnen zu wenig Zeit, ja, das ist so wichtig, das habe ich zugehört, War auch echt nicht gut gespielt, holy shit, aber fuck, was mach ich denn, was mach ich denn, oh, du, Zombie, musst echt viel mehr bringen, das ist viel zu wenig, was du hier bringst, das ist viel zu wenig, was du hier machst, Hier wird währenddessen gereskued, ne, doch nicht, oh mein Gott, ich verstehe es nicht, was hier passiert gerade, das Endgame ist viel zu sweaty wieder, hm, das mag ich nicht, Spitz, ach komm, 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 fuck, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, ich muss dich bekommen, ich muss jetzt dich bekommen, das ziehe ich auch nicht anders ein, leider, das ziehe ich anders auch nicht ein, Ja, du, ja, du lass, zu mir, und du bist down, ich muss jetzt, ich muss jetzt wirklich auf den Fulldown gehen, ich muss auf den Fulldown gehen, ich muss alle down, ich muss alle down, ich muss alle down, er ist aus irgendeinem Grund geheilt, er ist aus irgendeinem komischen Grund geheilt, Und ich verstehe es wirklich nicht, ich verstehe es wirklich nicht, ich verstehe es wirklich nicht, und er muss jetzt aufmachen, er muss jetzt, und er wird aufmachen, und er ist dumm, Ich bekomme, ich bekomme den down, den bekomme ich, das ist wichtig, aber ihr dürft nicht zu weit hier vorbeilaufen jetzt, Das mich erst gefällt hat, war mein Ende, das ist mein Ende, ja, das ist literally mein Ende, das ist literally mein Ende, fuck, ja, fällst du, das ist, das habt ihr nicht, das habt ihr nicht, gut, ich hol mir dich, Okay, ich hol mir dich, ich hol mir dich, ich hol mir dich, okay, ich, ja, fuck, ja, ich bekomme nur einen 2K, ich bekomme nur einen 2K, ist fine, die Coral raus, Selbst wenn ich sie aufpicken könnte noch, das wäre nix mehr, und das schaffe ich auch nicht mehr, ja, trotzdem, oh mein Gott, Endgame nochmal halbwegs gut gerettet, Aber sonst alles andere, holy shit, ich bin so am Ende, die Runde hat mich so auseinandergenommen, holy fucking shit, ey, Leute, ich wünsche euch wirklich noch einen schönen Tag noch, Und hoffe, dass ihr nicht so eine verschwitzte Runde spielen müsst, bei der er verliert!